Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit hallo zu diesem neuen Video. Und heute ist Halloween, also ein wunderbares Happy Halloween auch an dich. Ich hoffe, du hattest ein schönes Halloweensfest. Also ich denke, viele feiern Halloween gar nicht so viel oder gar nicht mehr so groß. Ich schon. Ich habe große Freude. Ihr seht ja, ich bin auch schön geschminkt. Props an meine Mutter, die hat was ganz nice gemacht, finde ich. Also war ganz lustig. Und ich habe jetzt nichts Großes, was ich testen möchte oder essen möchte. Möchte euch aber jetzt, nachdem ich zwei Stunden gestreamt habe, es war echt ein geiler Stream. Und ich grüße alle, die am Start waren. Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Also Liebe geht raus an euch alle. Vielen Dank. Habe ich mir gedacht, weil auch alle meinten, macht doch nochmal ein Video so toll geschminkt. Ich war nämlich letztes Jahr, habe ich auch toll Halloween gefeiert, mich selbst geschminkt. Schaut das Video unbedingt gerne mal an. Und an dem Halloween habe ich auch ein Video gemacht, mich geschminkt. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich heute gemacht habe. Und zwar war ich heute sammeln mit meinem kleinen Bruder, der ist sieben, und seinem Freund, der sechs ist. Und mit denen zusammen bin ich sammeln gegangen. Und wir haben so eine Taktik gehabt. Wir sind so zu Häusern gegangen, sind auch ein Stück gelaufen. Also größere Häuser und auch Häuser, wo eher wohlhabendere Leute drin wohnen. Aber das weiß man jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall größere Häuser. Und somit hat man natürlich eine größere Chance, dass man auch viel Süßigkeiten kriegt. Logisch. Und jetzt dürft ihr doch mal schnell Pause machen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel wiegt die Tüte an Süßigkeiten, die wir erbeutet haben, gesammelt haben. Das ist die Tüte. Jetzt macht mal Pause und schreibt es mal in die Kommentare, wie viel die wiegt. So, vielen Dank für das Reinschreiben. Und die ganze Tüte wiegt 4,4 Kilo. 4,4 Kilo Gummibärchen an Süßigkeiten. Ich kann das jetzt schwer zeigen. Da ist sie. Ich weiß nicht, seht ihr das? Das ist wirklich voll nichts. Also wir teilen sie natürlich durch 3, das machen wir dann morgen. Aber wenn ihr euch mal anguckt, wie viel hier eigentlich drin ist. Also Kekspackungen, das ist wirklich eine richtig große Menge. Ich zeige euch das mal schnell. Wacht mal. Guckt mal, seht ihr das? Das wenn das jetzt das Ganze gut aufnimmt. A lot of sweets. Eine Menge Süßigkeiten. Ja, so jede Menge. Ja, wunderbar. Das wollte ich euch einfach schnell zeigen. Und euch natürlich schöne Halloween wünschen. Dann war es das schon mit dem Video. Ich weiß nicht, 4,4 Kilo sind echt eine Menge. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel. Ich habe sonst auch immer relativ viel gesammelt. Aber 4,4 Kilo ist echt eine Menge. Die Füße liegt dementsprechend auch einiges. Und ja, das war es schon mit dem Video. Ich wollte mich einfach an Halloween einmal melden. Und dann freue ich mich auf die nächsten Tage. Wenn wir uns natürlich wiedersehen hier auf YouTube. Lasst mal unbedingt ein Abo da. Und liked das Video gerne mal. Schreibt doch mal rein, was ihr heute gemacht habt. Ich meine, viele in meinem Alter gehen vielleicht auch mit Freunden was trinken. Was auch super schön ist. Ich wollte auch eigentlich mit meinen Freunden Max und Lars, liebe Grüße, was machen. Hat aber nicht ganz so hingehauen heute. Deswegen nächstes Jahr. Oder die Tage mal. Und ja, ich weiß nicht. Mir gefällt das. Ich schminke mich auch trotzdem noch gerne. Ja, dann war es das mit dem Video. Dann lasst wie gesagt ein Abo und ein Like da. Und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.